Yo Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Video auf der Map Asterix. Ich habe heute mal ein Thema anzusprechen. Zwar wollte ich einfach mal den Download-Link von diesem Cursor, den ich hier gerade benutze, in die Beschreibung packen, da sich das ein paar gewünscht haben. So, den haben wir auf jeden Fall auch noch bekommen. Haben zwar ein bisschen gebrowspampt, aber wir haben ihn bekommen. So, dem haben wir auf jeden Fall auch eine schöne Kombo gegeben. So, da sind wir auch im DM angekommen. We're best to hide Innocence fading away As we learn the truth And we'll be Anything that we wanna be Gonna get what's coming anyway So take me away Some other place I don't wanna wait All my Indian summer Und dann haben wir auf jeden Fall auch die Runde noch gewonnen mit 5 Kills. War auf jeden Fall eine ziemlich intense Runde. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Like da lassen. Und euch den Cursor holen, falls ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.